Ein herzliches Mal und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Dieses Mal 3 gegen 3 im neuen 3 gegen 3 Modus tatsächlich. Und also 3 gegen 3. Ja es ist Elimination. Wüsste es heißen? Es ist Black Forest. Auf Deutsch heißt es Schwarzwald. Und ich spiele eine Runde Lucia. Mit meinem neuen coolen Lucia Oskin. Die hatten richtig coole neue Musik. Mit dem Skin. Das finde ich ganz cool, dass sie das angepasst haben. Müssen runter zu Reaper. Gut, dass wir runter zu Reaper gegangen sind. Was die anderen hier nicht sind. Oh, schön das Ding kaputt gemacht. Den D.Va Dings. Müssen die Mercy killen. Mercy down. Sehr gut, Soldier auch weg. Und jetzt hat D.Va wieder ihren Dings. Ich arbeite dran. Sehr gut. Ja, was gibt es zu erzählen? Ich war jetzt so ein bisschen ein bisschen im Aufnahmemodus hier. Die haben mir jetzt einen Heiler genommen. Na, dann nehme ich jetzt mal D.Va. Los geht's. Musst du einmal kurz schreiben. Ich hoffe nicht, dass sie das Ding kaputt machen hier. Weil dann weiß man... Wobei... Eigentlich hoffe ich schon, dass sie das Ding kaputt machen. Dann weiß man, dass sie da sind. Die heilen jetzt da natürlich. Sehr gut, Mei. So, es war so gar nicht... Gar nicht notwendig eigentlich, das Ding so zu machen. Da sein... Sein Eis hinzulegen. Und das ist Elimination. Ich konnte jetzt nicht nochmal Lucio wählen. Weil der geblockt war für unser Team. Aber jetzt müssen wir versuchen, hier... Die mal zu killen. Okay, unsere Ana ist down. Das ist schade. Der in Mercy ist down. Das ist gut. Jetzt bin ich Last Hero Standing. Ich versuche alles... Okay, er hat meine Ulti. Äh, er hat seine Ulti. Hade ich ihnen keine Chance. Nehm ich nochmal Diva? Ich nehme nochmal Diva. Auch wenn ich jetzt einen Soldier hätte wählen können. Oder haben wir den noch? Ja, wir haben Reaper noch nicht. Jetzt hatten sie Mei. Bin gespannt, was sie haben. Mercy auf jeden Fall nicht. Lucy... Oh, oh, oh. Haben sie und... Mei, Mei. Ist schön, die Zaya stark immer. Müssen Lucio killen. Lucio killen. Lucio killen. So, dann hat die... Die eine nämlich kein Heal mehr. Die hier. Jetzt ist sie auch noch down. Er kann nicht beide einfrieren. Nicht gleichzeitig. Oh man, oder kann er doch? Mit seiner Ulti. Hatte ich nicht mitgekriegt. Wow, Leute. Krass. Da habe ich nochmal gut geregelt. Meiner Meinung nach. Bin ich mal gespannt. Ob das was hilft. Ob das was bringt. Okay, jetzt hoffen, dass es gut ausgeht hier für uns. Okay, nice. Ein Matchpoint. Die werden auf jeden Fall hochkommen. Okay, die haben Zaya. Ja gut, wir haben keine Zaya mehr, ne? Nach der letzten Runde. Wäre ganz cool gewesen. Und die haben wieder Mei. Und auch wieder die Möglichkeit, Mei zu wählen. Und Lucio. Also die wählen quasi das, was wir eben besiegt haben. Oh, jetzt habe ich ein... Ich habe aber echt so ein Eisding mitten im Kopf hängen. Das sind Rory und Zen. Zenyatta ist down. Der hat zwei Eisdinger im Kopf. Schade für Roadhog. Das wäre gut gewesen. Jetzt wird er tot sein. Kann er sich... Oder kann er sich gegenheilen? Ja, aber nicht lange. Ah. Ah. Da wird es jetzt nochmal richtig spannend. Ich wähle wieder Soldier. Soweit. Wir wählen also genau dasselbe nochmal. Irgendwie tappt er jetzt gerade die ganze Zeit aus meinem Spiel raus. Ich hoffe nicht, dass es so beibleibt. Okay. Abwarten. Und hoffen, dass das jetzt... Das ist jetzt die entscheidende Runde. Die entscheidende Matchpoint-Runde. Winston down. Anna und jetzt Uriza. Wow. Was war da los? Wie easy die letzte Runde dann bitte war. Da hat der Roadhog nochmal hart geregelt jetzt. Als wir den Winston hatten und dann noch... Die Anna. Ah, das wird hier die letzte Runde gewesen sein, ne? Ja. Da gehen wir alle hoch. Ich warte da auf die. Das ist da der Winston. Wird da weggesnackt. Dann kommt die Anna rein. Sleep darted. Dann die nochmal. Und dann wird die Uriza auch nochmal weggemacht. Krasse Geschichte. Hat er nicht schlecht gemacht. Aber wenn es euch gefallen hat, so eine kleine kurze 3 gegen 3 Runde, dann lasst ihr einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Overwatch. Bis dahin. Haut erstmal rein. Ciao Leute.